Hallo, ich bin's wieder, der Andreas von den 3 Experten. Und heute möchte ich euch ein paar Infos rund um Spiele und Windows 10 geben. Ja, also alle aktuellen Spieletitel sollten kein Problem sein, die laufen alle unter Windows 10. Probleme wird es mit einigen älteren Spielen geben. Was sind die Spiele betroffen, die einen Papierschutz verwenden? Nun, hauptsächlich sind davon Spiele betroffen, die einen Papierschutz verwenden. Namentlich wären das Secure- oder Safe-Disk-Sicherheitssysteme oder Spiele, die einen ähnlichen Papierschutz verwenden. Denn dieser Papierschutz wird unter Windows 10 nicht mehr unterstützt. Daher sind diese Spiele dann auch nicht mehr lauffähig. Ja, da habe ich nur zwei Möglichkeiten, wie ich das Ganze umgehen kann. Die erste Möglichkeit wäre, die Spiele mir neu zu kaufen, ohne diesen digitalen Kopierschutz. Das ist zum Beispiel möglich bei Webseiten wie GOG.com. Dort kann ich die Spiele frei vom Kopierschutz kaufen. Allerdings muss ich dafür natürlich wieder Geld ausgeben, wo ich doch früher schon die Spiele bezahlt habe. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass ich mir in Windows 10 eine virtuelle Maschine aufsetze und in der virtuellen Maschine Windows 7 oder sogar Windows XP laufen lasse und dort die alten Spiele installiere. Beide sind sicherlich nicht zufriedenstellende Lösungen, aber leider im Moment nicht anders möglich. Windows 10 ist im Moment für Spiele genauso gut geeignet wie Windows 7 oder Windows 8. Ich habe keinen wirklichen Vor- oder Nachteil durch Windows 10. Der Vorteil wird kommen, sobald die ersten Spiele DirectX 12 unterstützen. DirectX 12 wird durchaus die neueren Spiele besser beschleunigen, wird mehr Möglichkeiten bieten. Und sobald die ersten Spiele mit DirectX 12 Unterstützung heraußen sind, dann wird sich Windows 10 wirklich rentieren. Ja, ich hoffe, diese Infos sind für die Gamer unter euch interessant und ihr könnt damit was anfangen. Wenn es euch gefallen hat, liked uns doch oder folgt uns weiter und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch.